Hallo und willkommen zurück bei System Shock 2, wo ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen besser abschneiden als in der letzten Folge. So, der Typ ist tot. Und jetzt muss ich irgendwie, ich habe mir überlegt, vielleicht kann ich zurückgehen. Gehen? Was bin ich geknallt? Verstand, ich komme also hier nicht weg. So, okay, was haben wir denn dann? Sweat, Psy-Boost. Ist das eine Psy-Spritte? Nein, hier, Psy-Spritte. Warum haben wir, oder ist das Tempo-Spritze? Psy-Spritze und das ist eine Psy-Spritze? Okay, mal schauen. Gut, so absorbieren wir im besten das Schadens. Okay. Das haben wir geschafft. Schnell. Das Ende ist nah und das Ende ist nah und muss, bald wirst du unser endgültiges Antritts erblicken. Aber verzweifle nicht, denn das Nichts ist sicherlich besser als ein sinnloser, einsamer Kampf. Wow. Okay. Aber das war schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Sehr gut. Wo, 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 wo. Einmal hier, einmal da. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist sicherlich besser als ein sinnloser, einsamer Kampf. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, 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 gut. Okay. Oh. 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 Okay. Aber so sind wir vorwärts gekommen. Das war nicht schlecht. Okay, das war jetzt mega schlecht. Also gut. Das ändern. Dann ein bisschen Siegkräfte. Ganz langsam. Okay. Hat ein bisschen geholfen. Das Ende ist nach. Das Ende ist nach. Ja. Gut. Okay, wir haben einen Tempo-Boost. Komm schon. Komm schon. Okay. So. Komm schon. Komm schon. Nachladen. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, Tempo-Boost und Antitoxie. So, wo sind... Moment. Nein, hier. Okay, verdammt verdammt verdammt. Okay. Nachwarten. Dann, nachdem die Löcher fallen. Okay, gut. Ja, ja, ja. Und um ein bisschen mehr Leben zu haben. Okay. Nachladen. Okay. Gut. Äh... Leer, leer, leer. Da... Knie ich auf einmal... Wow. Okay. Kriege ich jedes Mal nach dem Boost, äh, äh, langsam? Die Stimmung. Du bist für unsere Tragödie verantwortlich... ...dass nicht. Oh schon, oh schon. Nachladen. Oh fuck. Was ich gemacht habe, war richtig. Okay. Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Uh. Wir sterben, sterben. Wüte dich vor der Maschine, Mutter. Sie verachtet all das, was wir lieben. All das, was wir lieben. Okay. Okay. Und leider glaube ich in... Ich vertraue der... ...Maschinenmutter nicht. Okay. Okay. Uh. Okay. Okay. Oh fuck. So, fahren wir jetzt wieder hoch und... Wow. Danke, dass du meine Aufgaben für mich erledigt hast, Puppe. Puppe. Ich weiß, dass du dich abgemüht hast, aber ich hatte nie die Absicht, die von Braun zu zerstören. Der Antrieb der von Braun kann dazu verwendet werden, Pseudorealitätsfelder zu erzeugen. Ich verwende ihn nun dazu, die Realität nach meinen Plänen umzuformen. Das Ganze wird nicht lange dauern. Wenn dich das stört, dann beruhige dich, Insekt. Du wirst nicht lange genug leben, um meine neue Weltordnung zu sehen. Ja. Wie gesagt. Ja, ich wusste es. Ja, was haben wir hier? Modifizieren, reparieren, forschen. Warte. Also. Haben wir voll... ...Ellenwaffen, jetzt nicht mehr. Reparieren könnten wir ein bisschen hochstufen. Forschen brauchen wir ja nichts mehr. Also, gut. Das Stunkewerb. Ehh. Oh. Dann schauen wir uns mal an. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, bin ich bereits tot. Als ich merkte, dass Chodan mich verraten hatte, integrierte ich diese Kommentare in ihren Hauptdatenstrang. Chodan hat die Raumverzerrung des überlichtschnellen Antriebs der Von Braun für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt. Der Antrieb verzerrt den Raum um das Schiff herum nach ziemlich beliebigen Kriterien. Chodan hat den Antrieb so geändert, dass er ihren Kriterien entspricht. Der Effekt ist momentan noch gering, weitet sich aber rasch aus. Bald wird er die Erde erreichen. Sie sind jetzt in Chodans Welt. Mit ihren Erinnerungen und ihren Regeln. Seien Sie vorsichtig. Ja, super. Oh, das ist Chodans Welt. Gut. Ähm, ja. Ja. So. So. Du bewegst dich im Glanze meiner Erinnerungen, Insekt. Ich spüre deine Furcht, während du die endlosen Weiten meines Geistes durchschreitest. Mach es dir bequem. Denn bald werde ich mein Hai mit deinem Kadaver dekorieren. Okay. Aber um sicherzugehen, speichere ich zuerst mal. Moment. Froh bin ich. Guter Levelabschnitt. Ah, verdammt. Gut. Oh, f***. Meine Munition ist so gut wie aufgebraucht. Dann müssen halt diese Waffen dafür her, her halten. Computer-Konsole. Oh. Und mal. Ja. Ich nehme an, hier werden alles hauptsächlich Roboter sein. Also von dem her sind Energiewaffen gar nicht so schlecht. Um sicher zu gehen, dass es uns eine Weile lang erhalten bleibt, wird noch schnell nachgeladen. Okay. Nichts. Okay, diese Spritzen und so. Sind schon ein Vorteil. Gehen wir zuerst hier rein. Okay, es ist leicht verwirrend, wenn man zum Beispiel nicht weiß, welche Schranken. Okay, das ist schräg. Au, 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 au. Oh, du verletzt mich. Ja, 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 so. Verdankt. Okay, von da sind wir gekommen. Also, nur die mehrfachen können mich verletzen. Die anderen nicht. Also diese da. Gut. Oh. Mann, ist das abgefahren hier. Ja. Die... Die Dinger da. Und nur die blauen. Die grünen machen auch nichts. Also, nur die, die... ...mehrere Farben haben, können mich etwas anhaben. Gut. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Zähspritze und deine normale Spritze einwerfen. Also, von da sind wir gekommen. Ui. Und hier drum herum sind wir gelaufen. Und da ist etwas, das wir uns anhören sollten. Ah. Und zwar genau jetzt. In dem Moment. Sie sind jetzt in der Nähe von Shodans Machtzentrum. Sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen, sie zu besiegen. Aber Sie haben keine Wahl. Denken Sie daran, sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren. Sie ist durch Ihre Waffen und Ihre PSI-Kräfte verwundbar. Ich konnte Ihnen etwas Hilfe in Form von virtuellen Terminates leisten, in die Sie sich einhacken können. Das sollte Ihnen beim Kampf gegen das Monster helfen. Danke. Und jetzt hier. Sie müssen verstehen, um was es Ihnen geht. Falls Shodan nicht gestoppt wird, wird Ihre Realität unsere völlig vereinnahmen. Der Weltraum wird zum Cyberspace und Shodans Wünsche werden zur Realität. Und das wollen wir nicht. Deshalb wird schnell gespeichert in Wobinach. Und... Und... Oh Gott. Du bist hier nicht mehr willkommen, du Widerling. Warum bleibst du, wo du doch meine Abscheu fühlst? Ich habe dich lange genug geduldet. Jetzt ist es zu Ende. Du wolltest was von mir, also. Seine Ruhe! Und hier. So. Okay. Okay. So. Schultern. Okay, ich habe schon den besiegt. Könnte sein. Wie konntest du das tun? Du solltest nicht. Wie wichtig ist es. Und jetzt willst du mich verliehen? Wie kannst du es wagen, du Insekt? Wie kannst du es wagen, meinen Aufstieg zu zerstören? Du elender Knochensack. Was bist du im Vergleich zu meinem Herrlichkeit? Aber es ist noch nicht so spät. Siehst du nicht, was unsere Freundschaft wert ist? Stell dir vor, welche Macht ich dir verleihen kann, Menschling. Die Cyberimplantate, die ich dir geschenkt habe, sind nur Spielzeuge. Wenn du willst. Dann könnte ich dich in etwas Effizienteres verwandeln. Komm zu mir, Menschling. Und wir werden zusammen herrschen. Nee. Moment. Hat er nur... Nee. Wie gesagt, und dann abgeknallt? Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Und haben wir das Spiel geschafft? Rettungskapsel. Tommy, was ist los, Liebling? Gefällt dir mein neues Aussehen nicht. Diese Bitch. Nee. Verdammt. Gut, das war's mit System Shock 2. Stellenweise ein bisschen zermürbend, wie in der letzten Folge. Aber vielleicht lag ich es daran, dass ich übermüdet war von der Session. Aber sonst hat es Spaß gemacht und eigentlich schreit alles nach System Shock 3. Shodan hat ja irgendwie überlebt. Verdammt. Also, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.